So, da sind wir jetzt, im Fort Refugio. Aha! Da ist natürlich allerhand los. Da geh ich. Da haben sie einen Flak. Ja, pass auf, wir wollen das. Der geht da rum, gell? Der da drunter, kommt wahrscheinlich rauf. Der Hütten geht auch noch spazieren. Der da drunter. Und blödlich war er weg. Der eine. Und der andere wird gleich jemanden, vermute ich mal. Wobei, der ist ein Blinderrind vorbei. Scheiße, aber er. Er hat den Geruch. Die Gruppe. Mann, am Boden. wenn er hingeht, werden wir sie dazulegen hier so, da schiebt er den Mund Panik, geh weiß gar nicht warum Oida, Knoppi Soch Ok Buben, muss ich schon geh, kommt genau richtig noch jemand ein Problem, nicht oder? Bonskosten Aber wenn der da rüber geht, dann bringt die Panik aus Oh ja, der drüttel vielleicht Der Mund war ja auf den Grunddruckzeit So, wie schaut er denn aus? Seht er dich Na gut Schaut auf die Deppen loslegen Ich muss nämlich zum Informanten Was blöder ist, ich weiß gar nicht, wo er ist Achso, nach vorn Blau heißt Freund Na gut Aber Da drinnen Oben drüber geh Okay Oh Gott Kommt jeder her Franz Geh rein Dein Kumpel hat ein Problem Öh Gesellschaft Ich hab gar nicht mehr Gerade noch Glück gehabt, geh Der Herr-Informant Müsse hat da drin sein Allerdings Oben oder unten Da hat jemand Nosenblitten gehabt Im Moment Nicht geh Gerade die endgültige Waffe Da stehe ich Ein Mordpanzer Oh, wo in dir? Komm her Komm her Ich will sie herausholen Es gibt einen Offizier unter Walensleuten Er hat den Schlüssel Ich bin gleich zurück So, halt Mächter Wo sprich dann? Herr Kumpel, sag was Suche den Befehltauber Und der befindet sich Rechts von mir Der Typ in den Kiel Aha Da drüben So, da rum Hätten wir eine Panzerfaust Der Panzerschreck Natürlich Aber Wir haben keine Panzertum Der Schreck So, der Typ da rum Ha Der meine steht ein bisschen verkehrt Steck das Hätten wir lieber, wenn er liegt Jetzt muss ich irgendwie um mich gehen Jetzt muss ich irgendwie um mich gehen Warte mal Ein Moment Ich komm gleich wieder Gehen wir grad den Umweg Der Umweg durch den Keller Wenn es ihn gibt Schon geh So, der spaziert Bis der Vierer Da oben auf den Zünd ist auch, ne? Oh Gott, das sieht mich Oh Gott, das sieht mich So weh Was haben sie denn da? Motor voll Habe ich das Kaube und ihm gerne gespeit Der müsse jetzt genau links von mir sein Der war links von mir Da tut ein netter Blödmann Darunter scheinbar auch, gell? Darunter scheinbar auch, gell? Seht mich dir! Ja gut! Das Raucher hat ihn nicht gebracht Aber ich Ja gut! Da wird die Flak Da wird die Flak umgekommen Geht rein! Ja gut! Der Oberbefehlshaber 18 Meter Geh da hin! Da g's rauf! Geh da hin! Er sitzt da rum! Er liegt da rum! Er liegt da rum! Und nicht nachlässig werfen! Der befind sich allerdings da rum! Da kommt! Ob die Amis wohl bald zu uns durchbrechen werden? So! Die Amis! Lange du bruche! Und jetzt muss ich den Informanten befreien! Natürlich! Und jetzt muss ich den Informanten befreien! So! Er ruht sich aus! Von den Strapazen! So jetzt sind wir! Warte mal! Da bin ich nicht gekommen! Dynamite! Wahrscheinlich gerade in den Vorrat zu kommen! Der Informant! Wo ich rauf wieder herfde gehme! Wobei ich ruhig nicht weiterfde! Mit! So! Das war die Vip-Litte 10! Und dann sind wir wieder beim Informanten! Und dann sind wir wieder beim Informanten! Aber ich bin ziemlich mitgenommen! Ich gebe Ihnen Deckung! Können Sie laufen? Die Freiheit ist ein großer Ansporn! Und ob ich kann! Warten Sie hier! Wenn der Weg frei ist, laufen Sie zum Torhaus! Mach ich! So, besprich dann! Säuberen den Hof! Ja, wo bin ich denn? Den Hof säubern! Mit was denn? Mit dem Besen! Und meinen Panzerschreck! Der Panzerschreck vom NKD! Natürlich! Ja, hab ich gesehen! Ja, hab ich gesehen! So! Ich vermute mal, der fühlt sich angesprochen! Der geht ihm hoch! Der Panzerschreck! Ich hab der Panik! Ja gut! Ich hab der Panik! Ja gut! Ich hab die Sonne da unten! Schöne das! Jetzt nur nicht unachsam werden! Ach, kein Mensch, ja du will mit den Teferi! Binde Hilfe! Der Panzerschreck! Der Panzerschreck! Ja! Uh! Das war ein guter Triffe! So, Munition! Weiter geht's! Oh Daniel! Wer ist hier irgendwo? Du rutschst du Flamke! Langst du! Du schaust mich her! Mit den Granaten! Geh mir die bis hier runter! Lauter Weidwurfexperten! Rückzug der Ohren! Vorsicht, ist hier wieder auf dem Rekord, ein auf der anderen Rekord! Du, lieg jetzt und zug nicht! Eine Beförderung! Ja, der Rambo! Der wollte mich überrumpeln! Du weißt ja nicht, ist in Ruhe? Bisschen Panik, kommen wir noch! Pass auf! Einer wütet noch! Oder zwei, schau ich! Der Typ mit den Granaten! Seht mal, da drüben nach! Nimm das Rippenhaus! Tschucki! Robi doch! Ungewünscht! Hallo Kumpel! Feindlicher Schützer! Schau leuten! Ja, bis auf! Die hat mir Ruhe gekehrt! Und da möchte ich nicht die Leute, darf ich rechseln! Pass auf, gebe ich ein bisschen Gas! Da rennt ein Schwein mit, du! Doch, da sind immer noch! Hopp! Und dann die Leute hinauf! Im Dauerlauf! Da kriegen wir noch Granaten, geh! Schon bestimmt nicht! Und ich glaube, wenn ich mich recht errenne, dann muss ich jetzt ein bisschen Snipern! Ein bisschen mehr als sonst! Er hat es anscheinend rausgeschafft! Von hier aus sollte ich ihm Deckung geben können! Decker braucht er! Ich komme nach oben! Klingt als könne er Hilfe! Klingt als könne er Hilfe! Und dann muss ich ihn verboten! Und bringen ihn hin! Und bringen ihn hin! So, sieh dann flungen! Ihr wütet nur! Hint nimmer! Anscheinend ist der unterwegs! Höhl! Im Lauf! Volltreffer! So, gut! Wohann die Glüten! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, da fritt sie sofort Wow, holt ich jetzt? Die Granatenrufe Oder sie ist denn? Schuhe, oder? Alles gut So, omen in der Rücken Okay, jetzt wird's mal Halt das Er hebt das aus aus der Hosen Warte mal, meine Munition Warte mal, meine Munition Warte mal noch Warte mal, meine Munition Okay Leute, mit Bravour bestanden Und befördert worden